Minecraft Und damit hallo und herzlich willkommen ich bin Gunnar Pee und das hier ist dann keines Let's play zu Minecraft und mir fällt gerade auf wie scheiße das hier aussieht im texture pack und deswegen wechsle ich das mal gerade und zwar ganz gespinst auch ohne irgendwelche Cuts ich wechsle mal mit zum normalen aber ich werde trotzdem Quatsch Moment ich bin mal kurz doch hier Ähm Ja ich will hier Ach naja Ach ne ich muss ja sofort durchwenden Ach ich hab mich auf Peace voll geschaltet Ho Chummela chummela Ich bin aber auch ein Nu Komm zack machen wir uns den Kuchen hier hin Nom 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 So ich werde euch trotzdem aber das Doku-Kart was man am Anfang gesehen hat In der Beschreibung verlinken weil ich sowieso nicht dran denken werde dass ich hier zum normalen gewechselt habe Obwohl eigentlich sieht auch so nicht hier so scheiße aus ne Normalen text-effekt Sieht alles scheiße aus weil das hier immer nur Glow-Stone ist Ich will hier nicht 247 Glow-Stone haben müssen das überall Oh yeah Bam runter Zack Hier mach ich mal auch ein bisschen den Sound leiser weil die ganze Zeit Pisten sind dann die ganze Zeit Cut it cut it Ich mach deinem besten komplett aus Stage 6 Level 2 Hope you know it Mmmmm I'm sexy and I know it Ach da muss ich hoch Matti was ich aber auch nochmal mache ist äh Nochmal das Sexture-Fact wechseln Ich wechsle einfach zu Doku-Kraft Dark das wird schon irgendwie was verändern und aufwegt zumindest Ja Man hat jetzt mehr so einen grünen Touch So einen Kiwi Touch Aua Mir fügt das komisch an wenn man da auf den Boden fällt und man nichts hört Hm Ok Oh Gott das war zu spät Ja super Ach komm schon Man sieht das auch verdammt schlecht Weil dieser Raum einfach komplett scheiße gebaut ist Entschuldigung ich bin noch grad ein bisschen aufgeregt von der Aufnahme vom Let's Test Aber das seht ihr ja dann Also das Let's Test müsstet ihr eigentlich aber auch schon gesehen haben wenn das hier rauskommt Moment ich kann mal grad gucken Ich weiß ich bin grad ein bisschen AFK aber ich kann ja mal gucken Äh ja das müsstet ihr eigentlich schon gesehen haben Wenn ihr diese Folge seht Außer ihr guckt nicht alle meine Videos Nein Ach komm Ach komm Ich versuche jetzt hier mal nicht die ganze Zeit rum zu ragen Das habe ich ja wie gesagt schon beim Let's Test gemacht und das äh Reicht auch schon Hm Ich versuche ein bisschen auf die Musik und entspann mich dabei ein bisschen Und wie hilft das nicht ganz wenn man dabei hinfällt Hm Kann man von dem ersten Wien was da rausfährt auf Leiter springen oder wohl eher an die Leiter springen Mit Andi ne kennt ihr bestimmt auch alle den Andi Ich kenn wirklich einen da heißt Andi Ich kenn wirklich einen da heißt Andi Bam Ach Gott 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 Scheiß Scheiß Zu früh Dies war Dies war Dies war zu früh Oh Oh Wir haben sich grad schnell eingezogen Ist ich schneller geworden oder so Oder kommt mir das nur grad so vor Ist doch jetzt wie schneller Wir werden wahrscheinlich schneller je länger man hier drin sitzt Kann ich mir gut vorstellen Ha Ist das lustig Lustig Tralalalala Es ist Nikolausabend Da Es Okay Ich höre schon Au Ho Nein 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 Oh Es gefällt mir nicht Hier immer herunterzufallen Halt Stopp Will ich nicht Sagen wir ich den das jetzt mal hier Ne ich kann mal gucken wie lange ich überhaupt schon aufnehme hier Boah knapp sieben Minuten ne Jamel Vorher gar nicht auf die Uhr geguckt Mal wieder Na man wieso zieht dieses immer so schön Früh ein Ich bin ja Sprache Epilepsi Ich bin ja Ich bin ja Das ist doch hier Okay und ich habe jetzt gesagt komm wenn ich mit Minuten an einer Stelle rum sitze dann cheate ich Ich Ist ein bisschen neu von mir dass ich das jetzt auch mal so mache aber So Die los sind kann man keine Leitung setzen Moment Moment da muss ich mal kurz den hier machen Pau 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 Wupp Pau 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 So weg damit und dann Creative Modus Wäsch Und hier Checkpoint Jetzt nicht einfach zwischendurch mal selbst Checkpoints Bäm Und das habe ich beim ersten Mal geschafft Okay fast beim ersten Mal Oh Yeah Stage 6 Level 3 Mal angucken darauf Dann da Das sieht man auch total schlecht Oh Gott Okay das wird hier noch ein Kampf Und zwar David gegen Golyas Ich bin natürlich David Ich bin natürlich David Scheiße Ich will das alles nicht Neee Das ist gegen meinen Willen Äh Achso Jaa der Film Ich will mich wohl verarschen Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Während man komische Geräusche im Hintergrund hört. Ich falle immer runter und mache German Let's Play nach. Mag vielleicht Glück so ein bisschen so rüberkommen. Das kann durchaus sein. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will ja so ein bisschen individuell sein. Nein, ich bin individuell. Ach, komm schon. Ich bin so verdammt gut. Nervt. Bäm, Junge. Um mal jetzt da runterzufallen, wäre echt ärgerlich. Ne, das ziehe ich jetzt nicht ein. Was ist das? Achso, ich dachte, das wäre ein Dispenser gewesen. Wenn wir hier irgendwo eine Druckplatte um, dann wird man hier vom Pfeil abgeschossen und fällt wieder runter. Wir playen. Wir playen. More letters than Pistons. Stage 6, Level 4. Ähm, hier rauf. Und dann auf die andere Seite. Das glaube ich nicht ganz einfach ist. Wie soll denn das gehen? Vielleicht kommt den Leitern hier aus, hier. Hm, kommt der Sache nahe, aber nicht so nahe, wie ich das will. Das kommt nicht so nahe, wie ich will. Wer kennt Navi denn nicht? Das ist dieses nervige Biest aus irgendeinem Zelda-Spiel. Ich weiß gar nicht welchem. Jetzt ist hier ein bisschen entspannende Musik. Vielleicht auch noch ein Thema, worüber wir reden können. Hm. Aber ist der Pfad ja auch schon fast zu Ende, ne? Ich weiß nicht, ich kann ja noch mit dem Thema anfangen. Ach, ich weiß es einfach. Ich glaube nicht. Das können wir nicht mehr abtun. So. Es kann auch sein, dass ich mich gerade nur spontan dazu entschlossen zu habe, hier zu cheaten, also dass es nur bei der Aufnahme ist, weil ich vorhin ja, wie gesagt, und es nur umgeraged haben. Ich schreckte sich vor zwei Tagen vor euch. A hora verlor Any »Order« was gibt es wirklich viele Momente in dem�put nicht sein möchte aber eine des schlimmsten ist wenn er nicht weiß was er sagen wollt So wie ich gerade Alter, das ist total schwierig einzuschätzen Das ist fast so schwierig Einzuschätzen wie der totale Krieg Ach nö Der hätte ja auch anders ausgehen können Also mit Ich meine den zweiten Weltkrieg, nicht den totalen Krieg Wobei er gesagt hat, dass es Der totale Krieg ist, aber Also wollt ihr mit dem totalen Krieg, bla 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 Ich denke, so belehrt Sind wir alle Wenn wir ein IQ von 3 haben Vor allem, da wir das ja auch ständig durch die Medien mitkriegen Oder durch solche Sender wie Hier N24 oder so So Doku-Sender Da hört man ja ständig ja nur Hitler, 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 Hitler Ich mach' einen Abgang. Und... Und damit hoffe ich es hat euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten Mal wenn es heißt... Let's Play Minecraft Adventure...